Das Lertpoint-Gut in Tamswick bietet mit seinen 16 charmanten Almschalets und 5 Apartments eine perfekte Kombination aus traditioneller alpiner Gemütlichkeit und zeitgemäßen Komfort. Hier im Lertpoint-Gut ist man immer am Puls der Zeit. Mit dem Abrechnungs-Service der Salzburger AG kann seit zwei Monaten hier das Laden von E-Autos für KundInnen, Gäste und MitarbeiterInnen ohne weiteren Aufwand geboten werden. Das sind sehr, sehr viele Anfragen per Mail oder auch am Telefon, ob wir Ladestationen anbieten und weil es immer mehr geworden ist, haben wir uns eben dazu entschlossen Ladestationen zu errichten und wir wollen einfach dem Gast eine gute Infrastruktur bieten, dass der einfach mit möglichst wenig Aufwand seine Zeit hier perfekt nutzen kann und eben nicht nur seine eigenen Batterien, sondern auch die seines Autos bei uns laden kann. Egal ob mit einer Ladekarte eines Ladekartenanbieters oder Direct Payment mit Kreditkarte oder Paypal, der Gast kann ganz einfach und ohne Probleme laden. Auch für den Hotelier ergeben sich einige Vorteile. Durch das Abrechnungs-Service von der Salzburger AG hat der Hotelier keinen zusätzlichen Aufwand, weil die Salzburger AG alles im Hintergrund erledigt, praktisch die automatisierte Abrechnung der Ladevorgänge und er hat noch eine zusätzliche Einnahmequelle durch den geladenen bzw. verkauften Strom und dann wird weiteres noch der Standort aufgewertet und neue potenzielle Gäste werden gewonnen. Der Ablauf ist hierbei ganz einfach. Wallbox mit Elektropartner oder der Salzburger AG installieren, eigenen individuellen Ladetarif auswählen, in das Abrechnungs-Service einbinden und schon können die Gäste laden. Wir haben die seit gut zwei Monaten. Sie werden sehr gut angenommen und wir haben ja da wirklich ein Live-Monitoring, die Möglichkeit einfach live zu sehen, was passiert an den Ladestationen, wie viel Auto laden am Tag, wie viel Leistung laden die Autos jeweils am Tag und da haben wir einen super Überblick und so wird das einfach dann sehr unkompliziert für uns und für den Gast auch abgerechnet. Einmal im Monat erhält der Wallbox-Besitzer ganz einfach und unkompliziert die Vergütung. Die Höhe der Rückvergütung hängt hierbei vom individuellen Ladetarif ab. Immer mehr Gäste reisen mit E-Autos an und deshalb ist wichtig, dass die Hoteliers von Anfang an auf Automatisierung und Digitalisierung setzen und so tragen die Hoteliers zur Dekarbonisierung, also raus aus fossiler Energie bei, kurbeln den E-Mobilitätstourismus an und positionieren sich gleichzeitig als Destination für zukunftsorientierte Gäste. Mit dem Abrechnungs-Service der Salzburger AG können ohne zusätzlichen Aufwand Ladevergänge individualisiert verrechnet, tarifiert und durch eine zusätzliche Einnahmequelle erschlossen werden.